wunderschönen guten tag und willkommen zu einer neuen folge bei geogester mit dabei ist er toni das nicht erwarten kann der hekel und der tonic letzterer hat die map collection rausgewählt welches thema haben wir uns heute rausgesucht tonic international internationale flughäfen das kann ja nur lustig werden ich gehe davon aus dass da auch irgend so ein es wird schon so dreckig gelacht ich tippe ich habe noch nicht gestartet ich tippe ist es irgend so ein bambusfeld mitten in afrika also ich dachte es wäre echt flughäfen jetzt nicht dass wir innerhalb eines flughafens sind sensationell das ist ganz einfach anhand der abflugzeiten weil ich kenne alle flugpläne von der ganzen welt auswendig es ist natürlich ein vorteil für mich deswegen weiß ich welche flüge das hier sind immerhin sind bei der bei der gepäck auslieferung sind wir schon mal das einkaufswägen das heißt wir haben es schon her geschafft wir sind hier angekommen gerade angereist und direkt vorgeknipst 16 uhr 12 haben wir es gerade ja das kann natürlich nur lustig werden wir sind in europa du hast was geraten du hast was gesehen tun ich so ich hab was gesehen also auf jeden fall innerhalb europas fragen wo ist da ein flughafen bitte ich habe keine ahnung also ich glaube es auch schon eingrenzen zu können ich habe die stadt du hast die stadt ich habe keine ahnung wie auf die stadt gekommen ist kann ich am ende auflösen aber ich suche halt gerade den flughafen dort in dieser stadt also ich habe es auf eine region begrenzt und damit habe ich auch 50 länder begrenzt da bin ich schon ganz zufrieden wird ja genau weil die ganzen leute das hat nicht hin ich wollte gerade wegen links verkehr anspielen aber ist das der name ich weiß wo der ist ist das der name drei gedrück kann gut sein gedrück wäre halt eine uni ich kann ja leider nichts draußen sehen gehen wir mal die andere richtung nachdem wir jetzt nach da gegangen sind gehen wir mal hier her oh was für ein sprung interessant lage fix ins travel ist sehr gut also hier kann man gut einkaufen anscheinend das ist doch ein witz ich wollte gerade drücken ich habe keine ahnung wie der flughafen heiß deswegen bleibe ich jetzt aber in der stadt ich bin halt so voll idiot ich drücke immer zu spät es läuft immer die zeit aus wo der flughafen ist da ist das soweit echt das ist doch nicht london der zweite ist hast du auch das gesehen was ich gesehen habe also ich habe jetzt was gesehen und dementsprechend werde ich mich auch auf diese region jetzt begrenzen das land war sehr einfach es haben alle gedrückt wow war es echt nicht schlecht also es ist london heathrow ja ich wollte gerade london drücken dann ist mir wieder die zeit ausgaben nein es ist getrick getrick also ich habe getrick gelesen aber ich hatte keinen bock komplett großbritannien nach getrick zu suchen wisst du was ich gelesen habe ich habe doch erst gelesen oh guck mal es ist 16 uhr so und so darüber stand willkommen in london echt wow also ich habe zunächst einmal bin ich ganz weit hingegangen habe ich gesehen ein reisen aus der eu das heißt okay es muss irgendwas in eu land sein weil warum sollten sie amerika so eine bezeichnung machen ja klar danach bin ich in die andere richtung gegangen bin rausgelaufen und dann steht da london times ganz am anfang raus gekommen ist war noch überall schilder war drauf gestanden ist mit geld und dann woher pfund war nicht schlecht was natürlich direkt dass es england ist ja gut also dass england ist weil auch relativ klar das zweite ist lustig weil du kannst hier nur raten ganz spontan hätte ich auf ein ganz spezielles land getippt aber ich kriege hier schon wieder das problem ist seit du kannst dich auch noch nicht mal an den flugzeugen irgendwie orientieren weil es kann ja von überall her kommen du musst gucken welche flugzeuge am häufigsten dastehen das problem du siehst du schon richtig zwei also meinst du echt dass das so viel aussagt ja jetzt sehen wir mal an du hast ja jetzt ich wollte gerade sagen jetzt immer an lufthansa hat relativ viele flugzeuge und die fliegen auch relativ häufig den gleichen flughafen man kommen ja aus mehreren städten angeflogen denkt trotzdem eher in einem land stehen mehr die flugzeuge hier die für das land halt spezifisch sind also bei manchen ländern sicherlich da bin ich mir sicher ich glaube dass zum beispiel in nordkorea fast nur nordkoreanische flugzeuge landen beispiel ich war mal in paris auf dem flug haben nach der stern so viele erfahrungsmaschinen rum ja aber sobald es halt so ein großer flughafen ist finde ich es schon wieder schwierig ich habe okay ja das stimmt ja gut das stimmt auch wieder ah fuck ja wir sind zehn minuten mit dem bus gefahren bis wir an unserem gate waren war heftig ja hier kann man nur raten also ich weiß jetzt nicht wie man hier auf irgendwas schließen soll keine möglichkeit ich habe auch gar keine ahnung was das sein soll dreimal lufthansa entdeckt und einmal british airways ja gut aber lufthansa allein wird er hat auch nicht sehr viel bringen und dann halt ein unidentifizierbares weise deiner tipp bringt euch gar nichts ich glaube allgemein das wird reines gerate jetzt also hier hast du echt gar keine möglichkeit also ich habe komplett versagt und wenn einer von euch auch nur fünf kilometer dran ist dann was weiß ich sucht euch was aus dann schulde ich euch irgendwas wohin gehen wir denn ich würde eher auf etwas europäisches tippen ihr habt alle gedrückt ja dann werde ich jetzt auch ein land auswählen und ich liege einfach mitten in das land rein weil es ist so irrelevant da genauer zu suchen besten in die hauptstadt ich gehe ich habe mich für europa entschieden ich gehe jetzt aber noch so viel na dran norwegen alles genau wer ist mit mir nach paris gegangen ich habe den nächsten definitiv gefunden dass dieses da einfach dort oben steht gut madrid jetzt haben wir genug zeit in madrid nach diesem flughafen zu suchen ist immer sehr gut wenn man so viel zeit hat und sie nutzen kann ja ich auch jetzt hast du nur noch auf der map finden in der regel sind flughafen ja so ein bisschen außerhalb ja ich habe auch nicht gesehen keine ahnung wie großräumig man jetzt hier abchecken muss das ganze ich will zwar nicht zu sehr übertreiben weil ich wäre noch nenne der stadt bleibt mich dadurch plötzlich irgendwie in der lissabon abdrifte hier runter oder so aber noch zwei minuten zeit den immer gut aus ja unter einem kilometer also das ist san sebastian also jetzt mal hier ein bisschen wie kommt man dann hier in madrid ran und hier irgendwie flughafen speziell eingezeichnet eigentlich müssten sie es ja sein muss mir dann mal jemand erklären seine legende damit sprechen wahrscheinlich auch karte kostet du arschloch kannst du bist du mir erklären wie man das terminal kommt nein man muss doch irgendwie eine unterbruchung baden oder so dort sein oder oder der liegt ja mitten im rollfeld zwei krankenhäuser wow der nächste sieht ziemlich edel aus aber ich habe nur vier punkte verschenkt der nächsten weißt du sofort wo er ist pariahs war hätte ich auch ein bisschen schneller sehen kann hat er dann schon was abgegeben ja 9,3 kilometer guck hast du schon weiter gedrückt jetzt ja wahrscheinlich ist das hier der flughafen oder wollte ich fragen wie man wie man dort an das terminal kommt weiß ich doch nicht da kann der krean auch abtippen wo ist denn der krean ich schaue mir jetzt gerade genauer an und suche da eigentlich jetzt nur den flughafen aber wahrscheinlich bin ich einfach nur wieder blind ganz kleiner tipp der ist echt groß davon gehe ich aus dass er echt groß ist aber ich stehe jetzt einfach mal dahin dahin ah ich hätte vielleicht einfach genauer nach den abuerto gucken sollen äh scroll mal rein guck dir das terminal mal an es liegt mitten im rollfeld ja muss sein gut geplant also hast du eine menge platz die frage ist wie kommst du hin so oh der ist echt edel oh ja das sieht echt edel aus sieht aus wie der eingangsbereich ok Atlanta shop house and brewery wird wahrscheinlich Atlanta sein würde ich jetzt mal tippen doch nicht mehr so edel Atlanta müsste hier drüben irgendwo sein oder müssen wir noch genauer finden das ist immer das problem wenn es nach Amerika geht ach man kann sich nicht bewegen aber eigentlich sollte man Atlanta doch schon in irgendeiner weise schneller finden können oder wenn so ein bisschen raus geht da ist es doch na also gut wir sind in Atlanta jetzt brauchen wir in Atlanta erstmal den Flughafen Zoo Atlanta ist schon gar nicht so schlecht ich fand es übrigens auch sehr toll dass wir in der Nähe von Los Angeles waren gerade ja da gibt es einen kleinen Ort der heißt Los Angeles bei Madrid 11 Kilometer ja downtown 14,6 ja ich suche jetzt gerade wieder den Flughafen ich hasse es Atlantic Station ich glaube ihr habt was gesehen was ich nicht sehe ja den Namen der Stadt würde ich nicht ich glaube du auch ich glaube ich habe was gefunden also wo ist das ja das Nummer 5 trifft übrigens ziemlich gut das was du vorher mit äh quasi irgendwo nirgends wo okay da freue ich mich drauf was habe ich eigentlich erwartet weil in dem Moment habe ich an Mittermeier gedacht wo er zählte als er auf Safari war wo er dann glaube ich in Kenia runter ist und so ja der Pilot dann ja Achtung wir setzen zum landen an ja da ist keine Landebahn da ist nur Gras nein das ist die Landebahn es ist schon noch eine Autobahn aber mehr kennen mich er weiß nicht wo zu f*** das ist South Atlanta Technical College Metropolitan State College na immerhin warst ein Schild daran den falschen genommen ich finde nie auf diesen verdammten Maps die Flughäfen nehmen wir mal die falschen oh mein Gott das ist halt echt eine Autobahn ja aber das macht es irgendwie leicht äh Discover 99,9% zuckerfreies Bier hmmm das hilft mir echt weiter ich find's halt nie ich stell mich da so selten dämlich an ich hab keine Ahnung wo wir sind ja doch vielleicht doch aber das sagt mir halt auch nichts weiter ja das ist echt echt so weit unten das einzige Schild was ich entdecke ist Bier deshalb bin ich nie runtergegangen interessant ja wirklich sehr wenig okay dann wollen wir mal schauen wir gehen in die Richtung auf jeden Fall haben wir Linksverkehr ich kann nix anderes machen also könnten wir in einem ehemaligen englischen Kolonie sein wir sind hier das ist ne Menge mehr aber natürlich okay keine Punkte ich glaub ich geh jetzt mal auf oberstes Risiko ey wenn da jemand was hat Liverpool ja jetzt mal richtig auf Risiko ich glaub ich leg sowas an falsch ich glaub ich leg sowas an falsch das Canberra haut mich jetzt schon grad wieder um das Canberra nicht normalerweise dank mir wie viele Kilometer du hast Liverpool 26 Kilometer aber Canberra ist doch eigentlich Australien oder? ist ein Liverpool in Australien 5,2 krass war halt echt richtig ja ich hätt's nie gedacht ey Respekt ich hab ich hab 12.000 wo ist denn Canberra oder bin ich einfach jetzt wirklich so verkehrt ja ich wär trotzdem noch schlechter als Tonic und dann kann ich abzugeben da ist Canberra das ist 270 Kilometer danke ja ich bin schlechter als du und das 270 Kilometer ist muss das ja viel in dem Kreis sein 9 Punkte mehr hast du mich verarschen also ich hab jetzt ne Frage die sich ihr habt ja alle abgegeben wie es scheint ja mich irritiert eins und zwar das Schild wo Liverpool und Canberra da steht mit relativ nahen Kilometeranzeigen oder Meilen weil für mich ist Canberra immer noch Australien und Liverpool ist für mich England jetzt bin ich halt erstmal nach Canberra gegangen und suche hier in der Nähe was heißt in der Nähe im Umkreis von 280 Kilometer nach dem Flughafen weil ich glaub halt nicht dass es in England auch sowas gibt und das nervt mich deswegen muss ich jetzt nach Australien gehen wie sind eure Punktestände? 26 Meilen Kilometer oder irgendwie sowas nach dem Flughafen bleib in Liverpool die Frage die sich mir halt stellt ist ist denn Australien Linksverkehr? ich hab Liverpool gefunden ich? ja ich hab's gefunden du solltest nicht nachdenken daneben ist die Warwick Farm ich bleib halt jetzt hier welche Richtung ist denn? ähm ich mach dir mal hin Süden nach Süden muss es gehen wie viel Punkte habt ihr denn? 15.824 also ich bin letzter aber ich hab das letzte gerockt das macht mich noch stolz aber ich hab das letzte gerockt das macht mich noch stolz und vielleicht hilft das mehr verdammt ja weißt du woran man das erkennen konnte? woran? auf der Autobahn gab es ein Schild namens Botany namens was? Botany ok das hat mir nichts gesagt ich hab halt das Schild gesehen Liverpool dachte so jawohl ab nach England dann seh ich Cam Bauer ich so fick dich das liegt in Australien ich hab den ich wusste halt halt kein Anhaltspunkt kanadischer Flieger ok gehen wir nach Vancouver ach das war ja total sinnlos ich hätte ja gar nicht so viele Punkte holen müssen eben ich dachte da an die Botany Bay von Z Panik hat 9 Punkte mehr als ich find ich gut so belastend belastend sagt er ey ich hab's richtig erkannt also verdient und damit bitteschön ich bin nicht so nah dran ja wir können ja mal gucken das Interessante ist halt dass der Toni 9 Punkte weniger hat aber Kilometertechnik deutlich besser ist also ich hab 2000 du bist eineinhalbtausend Kilometer besser als der Toni gewesen wie bei den Trump Wahlen Toni hat mehr Prozente aber ich hab mehr Wählerstunden so in etwa mit diesem Schlusspunkt wünsche ich euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal und tschau Leute tschau tschau